Ich hab das sonst immer während der Pause gemacht im Ingenieurbüro und wenn ich mir da was zu essen geholt hab, dann hab ich eben Gehmeditation gemacht. Und ja, einmal ein Kumpel geht drauf zum Wisch und ich grinse einfach dann immer nur durch die Gegend. Das ist echt so, die Leute schau dich an, was hast du denn so glücklich, was läuft denn so langsam, so zufrieden, du hast eine andere Ausstrahlung in dem Moment. Probier das mal aus, mach das mal. Ja, ich halte das für so sinnvoll und mit diesem Satz, ich bin angekommen, da sagst du dir halt, es ist nichts zu erreichen, es ist nichts zu tun und das muss nicht, das widerspricht eben nicht dem, dass man nichts mehr macht. Manche Dinge im Leben sind halt ein bisschen paradox. Aber wenn du dir sagst, du bist angekommen, du wirst merken, was für eine Gelassenheit drin kommt mit der Zeit, wenn du das wirklich täglich praktizierst, du gewöhnst dich an, wenn du irgendwo in die Mittagspause gehst oder egal wohin. Und das ist entspannt unglaublich. Versucht nicht irgendwo anzukommen und erkennt, dass ihr angekommen seid und spürt, wie der Druck da abfällt, wenn ihr merkt, dass ihr da seid. Ansonsten macht's gut, Leute. Schaut euch nochmal den Sonnenuntergegen. Bis zum nächsten Mal.